hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom eurotrack simulator 2 wir sind hier unterwegs mit einem schwerlast transport einem kranwagen in rum richtung rumänien wenn ich nicht völlig falsch liegen rest die db schenker müsste eigentlich rumänien sein fahren hier die a3 entlang und sind das offenbar noch nie lang gefahren schön dann decken wir oder erkunden wollen wir wieder neue strecken wir müssen geradeaus das ist gut wie viel restzeit haben eigentlich noch zwei stunden bis wir pennen müssen 46 restzeit bei einer fahrzeit von 19 stunden das passt auf jeden fall so wir können mal kurz raus gehen in die außenansicht hoppala das ist das gute stück mit dem wir hier unterwegs sind mal wieder rein weil da kam eine kurve ja und ich hoffe es läuft jetzt problemlos durch hat in der letzten folge am schluss wieder kurz das problem das einfach sich das spiel minimiert hat aber ich habe die vermutung dass discord da das problem ist muss man gucken was da der grund sein kann dass das plötzlich passiert weil jetzt habe ich discord minimiert und jetzt ist das ist das problem auch weg scheint zumindest weg zu sein ich meint das war letztes mal genauso gewesen bin mir nicht ganz sicher aber ich weiß dass ich letzte woche letztes wochenende das gleiche problem hatte ein bisschen was kam ja so als ja plötzlich das spiel sich minimiert hat dass da doch schon mal was war kurvige strecke muss ich gerade feststellen eine sehr kurvige strecke und wir sind immer noch in deutschland unterwegs nach regensburg münchen berlin ich denke mal da fahren wir auch lang ja wir haben die promods 2.26 die sind letzte woche rausgekommen habe ich natürlich sofort runtergeladen installiert vier schwertransportrouten gibt es jetzt auch anscheinend muss noch mal gucken welche das sind wo die staaten in welchen städten das habe ich jetzt so in den changelogs ehrlich gesagt nicht bewusst gesehen auf jeden fall ich habe nur was ich meine ich hätte nur gelesen dass es vier routen gibt ja wie gesagt muss ich mal gucken welche das sind und ein paar fehler wurden behoben größe gröbere bugs wohl aus der 2.25 ja und deswegen sind wir plötzlich wieder hier in deutschland unterwegs weil natürlich änderungen von den promods sind änderungen von den kartendaten und änderung von den kartendaten heißt für das spiel ja immer ab zurück in die spedition und ja dann haben wir halt jetzt in köln hier diesen schönen schwertransport geangelt ach so ja da war was pennen gehen wie schaut denn das parkplatz technisch aus da kommt eine tankstelle ok nehmen wir die da müssen wir lang ich war über diesen schlenker ein wenig irritiert weil irgendwo schlenker und doch geradeaus aber okay so macht das sinn haben wir sind die strecke tatsächlich noch nicht gefahren noch nie das erstaunt mich ich bin jetzt doch schon ein paar mal durch deutschland gefahren aber okay in die richtung ausrichtung osten fahr ich selten dass es stimmt schon meist in süden oder in westen oder in norden ja ja ich weiß weil das auch so meine bevorzugten länder sind ich bin 49 minuten haben wir noch da kommt ein rastplatz perfekt bestes timing allerbestes timing wir parken so wie es sich nicht gehört ja blinkies können wir mal ausmachen perfekt geparkt oder würde ich mal sagen perfekt ist einparken nicht aber egal so wir gehen pennen und wie später mal vielleicht sollten wir den motor an machen dann sehen wir auch eine uhrzeit 5 uhr 30 ok und hell nun denn ja fahr mal weiter fahren wir weiter und schauen mal wie es hier weiter geht die auffädelspur ist jedenfalls relativ gering aber schön ist wir haben wirklich die fahrzeit optimal ausgenutzt so sollte das sein aber das ist natürlich absoluter zufall wenn das am timing her passt also wenn man nicht gerade wirklich sieht dass dort die parkplätze passen sind muss man ja schon entsprechend vorher parken sonst läuft man gefahr oder ordentlich strafe zahlen zu müssen ich sollte den tempomaten wieder rein machen sonst sonst wären wir wieder beim thema strafe zahlen 500 liter haben wir noch tank ist noch über halb voll das reicht da brauchen wir noch nicht tanken können wir noch problemlos weiter fahren und schauen mal dass wir deutschland verlassen jetzt bald müsste dann irgendwo die grenze kommen und dann geht's in den osten ja wie gesagt da waren wir auch selten in den über 300 folgen die ich schon gemacht habe und ja seit deutschland selber müssen wir halt auch noch ein bisschen mehr abfahren allein halt um die ganzen speditionen dort zu kaufen muss alles sein muss nicht aber möchte ich weil es halt auch die errungenschaften da gibt bekommt man zwar nichts groß für aber ist halt schön wenn man sie dann doch irgendwo erledigt hat so ein bisschen herausforderung machen wir mal ein kleines elefantenrennen ich bin schneller als du blink 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 hauptsache wir müssen jetzt nicht plötzlich rechts runter das wäre ein wenig doof vorbei sind wir noch nicht immer noch nicht aber jetzt können wir wieder freigeben die linke spur dass die autos da auch schnell wieder durch können wunderbar münchen prag paris paris doch nicht prag prah also prag paris ist ein bisschen in die andere richtung das ist da im osten eher selten zu finden ich vermute mal so richtung münchen prag fahren falsch vermutet wir fahren tatsächlich richtung salzburg ok und dann tun wir das kommt da wer nein dann können wir gefahrlos wechseln ja brücken ne wer erinnert sich an eine der letzten folgen vor drei folgen war das glaube ich also die die nicht die letzte sondern die vorletzte folge wo wir mal dezent unsere ladung zerstört haben weil sie unter der brücke nicht durchpasste zweimal sogar einmal auf dem hinweg zum schlafplatz einmal auf dem rückweg vom schlafplatz ich das erst gar nicht gepeilt habe dass die brücke die ursache war weil in dem moment noch ein lkw entgegen kam und ich dachte den hätte ich gestreift und auf dem rückweg war halt an der gleichen stelle kein lkw mehr unterwegs ja das war ein bisschen doof ich hatte allerdings auch kein schild gesehen das mir gesagt hätte dass die brücke irgendwie niedriger ist dass ich da nicht durch passe und höhenangaben für die ladung gibt es hier ja auch nicht von daher hat mich das ein wenig irritiert dass das nicht passte zumal es der einzige weg war wie ich in zur zum zum schlafplatz kam es wäre ja manchmal ganz schön wenn ich einfach die ladung kurz abhängen könnte und dann ein stück mit dem lkw fahren zum beispiel um zu tanken oder so weil manche tankstellen sind ja nicht wirklich befahrbar mit so einem äh langen zug wie wir ihn jetzt haben oder gigaliner und so was es da noch so gibt und da wäre dann halt schon schön wenn man einfach mal kurz abkoppeln könnte ging ja in der realität ja auch passenden platz suchen abkoppeln tanken fahren zurück zum platz und weiter geht's tanke ich hier nö ist noch über halb voll das lohnt noch nicht da sollte nochmal wieder andere andere tankstelle zwischen drin kommen 1400 kilometer schaffen wir noch sagt die anzeige ob das stimmt weiß ich nicht und wir haben noch 1100 kilometer vor uns und das war knapp in linz könnten wir eine spedition kaufen und fragezeichen aufdecken wenn wir nicht gerade einen schwertransport hinten dran hätten wäre das vielleicht sogar eine option aber nicht mit dem schwertransport so wir sind in österreich austria kurviges stück autobahn muss ich feststellen aber die 80 sollten in ordnung gehen sanft einlenken bisschen die kurve schneiden nicht die straße die kurve natürlich in der straße schneidet man nicht rum sondern nur kurven sondern nur kurven dürfen wir maximal aber wir dürfen sowieso nur 80 als lkw fahrer von daher alles alles wie gehabt hoppla gegen das mikro gestoßen sorry ich hoffe es war nicht zu laut aber dürfte eigentlich nicht wir haben noch 15 15 stunden ähm wäre natürlich schön wenn wir das diese woche fertig kriegen von den äh von der dings her dass das hier nicht eine woche rumliegt und möglicherweise irgendwie zurückgesetzt wird schauen wir mal wie weit wir heute kommen vielleicht fahren wir ein bisschen länger so dass man das auf jeden fall auch so brems doch nicht ab du idiot da gibt es extra einen verzögerungsstreifen für dass du eben nicht auf der autobahn bremsen musst ähm ja dass wir das auf jeden fall fertig kriegen in den nächsten zwei folgen schauen wir einfach wie weit wir heute kommen dann wie gesagt zu not machen wir mal ein paar minuten länger und den nächsten zwei auch ein bisschen länger so dass wir das dann am sonntag auch abgeschlossen kriegen sind ja montag kam eine folge diese seht ihr am mittwoch und dann kommt natürlich freitag nochmal und sonntag nochmal und die nehme ich heute nicht alle heute aber an diesem wochenende alle auf ja ich weiß nicht ob einer hier dabei ist von euch der hier auch auf dem kanal schon call of duty world war 2 mit geguckt hat und es kommt ja zurzeit wieder also kommt ja grad nicht ähm das Spiel startet bei mir nicht mehr bringt immer eine Fehlermeldung ähm ich muss es wahrscheinlich doch tatsächlich mal deinstallieren und neu installieren muss ich aber mal schauen wo ich den Spielstand sichern kann ob ich den sichern kann weil ich würde schon gerne weiter spielen ich fand es irgendwo schon reizvoll das Spiel es hat so ja irgendwo schon seinen Reiz auch wenn das wirklich ein Ballerspiel oder ein Shooter wirklich schlechthin ist aber ja wie gesagt irgendwo hat es also zumindest die Story finde ich hat ihren Reiz aber da merkt man halt schon dass es im Krieg spielt ähm ich spiele ja noch ein anderes Ü18 Spiel das ist Tom Clancy's Ghost Ragoon Wildlands das ist aber halt doch nochmal ganz anders als wie Call of Duty weil es spielt eben nicht im Krieg sondern in Argentinien glaube ich wo ähm wir halt gegen Kartell kämpfen ist das Argentinien? Ich meine ja bin mir grad nicht ganz sicher halt ein Vierertrupp eine Eliteeinheit die dagegen das Kartell kämpft wo es dann auch eher auf Taktik ankommt die mir leider nicht immer so gelingt ab und zu artet es dann nochmal eine absolute Ballerei aus mit den Gegnern aber eigentlich sollte man taktisch vorgehen und ähm alles ganz in Ruhe und dezent ausschalten so einer nach dem anderen unbemerkt unauffällig ich weiß gar nicht ob man da nur schießen kann oder ob man sich auch an die Leute anschleichen kann müsste ich mal ausprobieren ob das geht ob ich das also ob es geht und ob ich es kann das ist nochmal zweierlei ich bin da nicht so fit drin was solche Spiele angeht weil nicht umsonst sieht man hauptsächlich äh Simulationen oder halt Spiele wie ähm My Time at Porsche oder so Sachen hier auf dem Kanal ist ja nicht ganz grundlos PUBG habe ich auch schon ab und an mal gespielt muss aber sagen seitdem es released wurde nicht mehr müsste ich vielleicht auch nochmal wieder reinschauen aber das ist jetzt kein so typisches Spiel was man äh let's playen kann finde ich ähm das geht mit Story Games halt einfach besser äh Wildlands hat ja auch einen PvP Modus sowas kann man vielleicht in einem Stream ganz gut mal machen ich kann leider nicht streamen von der Internetleitung her ähm aber das wäre halt so ein Spiel was man eher im Stream machen kann wo dann halt auch andere äh mitspielen können wo man dann quasi seine eigene Gruppe bildet ähm ja oder halt Multiplayer Eurotrack Simulator oder äh Multiplayer Spin Tires hatte ich jetzt letztens auch zwei Anfragen ähm tut mir immer leid wenn ich da absagen muss aber ähm ähm ich spiele die oder ich nehme so Folgen dann halt tatsächlich immer so auf wie ich halt grad Zeit hab kann es auch nie so genau vorher sagen wann das ist also ich weiß dann zwar schon ungefähr wann ich Zeit hab Folgen also Spiele auf zu oder Videos aufzunehmen aber ich kann eigentlich nie so genau sagen welches Spiel das dann sein wird weil das hängt ja noch immer ein bisschen davon ab äh wie viel Zeit habe ich jetzt plötzlich also wie viel Zeit habe ich jetzt letztendlich äh äh wie viel Lust habe ich macht ja keinen Sinn dass ich in Spiel Folgen aufnehme von dem äh wo ich dann äh gerade keine Lust zu hab wir sind in Wien und ähm natürlich auch äh 50 darf ich ups da ich nehme dann halt oft noch einfach mal nur eine Folge auf ähm und das ist Multiplayer natürlich auch doof wenn man dann nach 20 Minuten schon wieder Tschüss sagt deswegen sollte ich mal eine gute Internetleitung kriegen und äh äh streamen können dann äh sieht sowas natürlich wieder ganz anders aus weil wenn ich streame habe ich in dem Moment natürlich die Zeit das ist dann natürlich auch alles geplant oder selbst wenn es ungeplant ist wenn es dann jemand mitkriegt dass ich streame äh und das ein Multiplayer Spiel ist dann kann man dann natürlich auch durchaus mal darüber reden dass man da äh zusammen spielt und das geht dann halt auch länger das geht dann halt auch mal über zwei drei vier Stunden oder so da macht es dann halt auch Sinn mal wirklich was aufzunehmen oder zusammen zu machen und ist bei Let's Plays halt immer schwierig könnte natürlich mal äh mehrere Folgen am Stück aufnehmen aber dann wird das mit dem einen abmoderieren immer ein bisschen doof wo ich was ich persönlich nicht so mag sind ähm ja quasi Ausschnitte aus aus äh langen Streams äh wo halt eben nicht an und abmoderiert wird sondern quasi einfach nur der Ausschnitt da ist meine Geschmackssache mir persönlich gefällt es nicht so ähm ähm aber das natürlich jedem das Seine ich sag jetzt nicht dass das schlecht ist ich sag einfach nur dass mir persönlich nicht so zusagt und deswegen äh ich was in der Art auch eher nicht machen möchte und so ich glaub wir sollten uns gleich mal einen schicken Parkplatz suchen oder Stellplatz wo ich halt mal einen Cut machen kann weil nach der Folge werde ich dann erstmal die Aufnahmen rendern die zwei morgen geht's weiter mit den nächsten zwei Folgen oh hier gibt's sogar Holzstuhlfahrer okay ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen in dem Spiel und ja dann werde ich nachher in Ruhe frühstücken einkaufen und äh rumpeln wir mal über die Schienen ja wir müssen da nämlich gleich ah da biegen die Schienen biegen sie wie so ab ja ich glaub da bergauf fahren wir hier auf jeden Fall im zweiten Gang an dritter ist da vielleicht ein bisschen oh was heißt denn da ist ein Schlafplatz im Nichts äh wie erreicht man den so ganz blöde gefragt da geradeaus wäre ein Fragezeichen äh da fahren wir jetzt aber mit dem Schwertransport im Schlepp natürlich nicht dran vorbei oh wir dürfen nur 50 ups ja ich hoffe wir kriegen gleich hier mal irgendwas wie einen kleinen Rastplatz da ist keiner okay wie gesagt dass ich da dann halt einen Cut machen kann solange müsste mich da noch ertragen das heißt müsst ihr nicht könnt natürlich jederzeit abschalten ist ja kein Kuckzwang oh ich glaube ich bin mal wieder zu schnell unterwegs ich war zu schnell unterwegs ich war zu schnell unterwegs wurde jetzt automatisch ausgebremst automatisches Ausbremssystem auch Berg genannt oder Auffahrt oder Auffahrt äh schon nicht ganz unkompliziert die Streckenführung hier ich hoffe ich bin hier richtig sieht aber so aus glaube ich müsste passen und warten eine Streckenführung so und jetzt dürfen wir auch wieder 80 fahren sehr schön jetzt hoffe ich wie gesagt nur dass hier gleich mal irgendwo eine Art Rastplatz oder sowas kommt zu äußersten müssen wir natürlich wieder einen kurzen Stopp auf dem Seitenstreifen machen das haben wir ja auch schon ab und zu mal gemacht wenn so überhaupt nichts kam aber ein bisschen warte ich noch haben jetzt 28 Minuten 2-3 Minuten können wir auf jeden Fall noch fahren wir schauen gerade mal hm hm ja da kommt eine Tankstelle sehr schön dann nehmen wir die da können wir dann tanken und halt kurz dann den Cut machen das passt Willkommen im Burgenland Richtung Budapest Bratislava Eisenstadt eine Bratislava wäre dort rechts abgebogen ok zwei Schügel zwei Schügel miteinander vermischt sollte man nicht tun zumindest nicht wenn man Richtung Bratislava fahren möchte wollten wir aber ja nicht Navi sagt ja geradeaus Richtung Budapest passt so wir müssen hier dann mal ein wenig tanken nein nein nicht hier das war falsch was mich gerade ein wenig irritiert ist dass die Pfeile hier nicht waren aber andererseits auch keine Straßen angezeigt wurden das hätte doch bestimmt wieder geknallt oder da hinten müssen wir ganz hin okay aber das geht ja mit dem Schwertransport eigentlich ganz gut dadurch dass er so mit lenkt passt das so tanken wir gerade noch das machen wir noch mit und dann fahren wir kurz raus aus der Tankstelle wie viel Zeit haben wir denn noch vier Stunden ne da fahren wir aber noch was ich sollte den Motor starten fährt sich deutlich besser dann so ja und dann sag ich mal vielen Dank fürs zuschauen äh okay ich weiß nicht was das war aber es war irgendwas ja vielen Dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei wenn wir dann unsere Fahrt hier fortsetzen in diesem Sinne tschüss bis zum nächsten Mal auf